Jo! Bäm! Neues Spiel. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen, brachten mich fast auf. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Das muss ich. Sechs Jahre sind seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen, einem beispiellosen von der Umbrella Corporation verursachten biologischen Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Okay. Kapitel 1. Oh, Chat. Den Polizisten suchen. Oh nein, ist das gruselig oder so? Es sieht irgendwie spooky aus hier im Wald. Ich habe gerade überlegt, spielt man mit John auch im ersten Teil oder erst im zweiten? Weil ich habe den ersten nie gespielt, nur zweiten und dritten. Was passiert überhaupt im ersten Teil? Okay. Rennen. Ich würde ja schon gerne alles auschecken. Wenn es am 24. rauskommt, Chat, spielen wir es. Jetzt sind zwei Wochen. Wie weit ist er denn gegangen? Wir sind auf jeden Fall Zombies. Oh. Nice. Okay. Geil. Hallo? Habe ich eine Taschenlampe oder so? Jochen. Okay, creepy house. Ich habe gerade ein bisschen sieben Wipes. Ich check mal ja alles aus, ja? Bevor ich jetzt da rein marschiere. Die stinkt es bestimmt übelst. Sieht so vermuchtet aus hier alles. Okay, aber hier ist nix zum Einsammeln tatsächlich. Dann, let's go. Ich hätte schon längst meine Waffe gezückt. Wow, das sieht aber gut aus, ne? Also, ich spiele das auf der PS5. Okay. Boah, nee. Schon gruselig. Moin. Oh, nee. So Voodoo-Puppen-Scheiß. Primitiver Talisman. Das Urteil naht. Sehr kehrer El-Juzio. Oder? Hm. Na geil. Weißt du, was ich aber ganz komisch finde? Wenn Leute so Tierschädel irgendwo rumliegen haben. So Jagdtrophäen und so. Finde ich ganz gruselig. Okay. Ja, eher einfach so random Tierkiefer. Hast... Hastart oder so? Finn? Wie Dremos? Oh, Mann. Ah, nee. Warte mal. No. Ich hab das da hinten noch nicht ausgecheckt. Nein. Oh. Oh, nein. Ich hab das Hände nicht ausgecheckt. Sorry, dass ich so rein platze. Mario Fernandes. Oh. Das gefällt mir nicht. Äh, aber sicher, dass er tot ist jetzt? Was ist denn das? Äh. Okay. Hier liegt noch irgendwas auf dem Boden. Ich würde aber auch übelst gerne nochmal zurückgehen. Ach so. Polizeimarkt. Nationales Polizeikorps. Mario Fernandes Castano. Oh, Polizeibeamte. Bin ich hier reingekommen? Ja, ne? Weil dann würde ich übelst gerne nochmal zurückgehen, wenn es geht. Das hier hinten auschecken. Vielleicht können wir aber auch gar nicht rein. Ah. Okay. Ja. Das stimmt, Devil. In Resident Evil war nie was tot, was tot aussah. True. Was ist das? Oh, aber ich mag das Setting gerade sehr irgendwie. Ich habe so ein bisschen sieben Vibes. Resi sieben, acht Vibes. Oh, hier ist Arschdunkel. Okay, danke. Jo, warum ist er so gruselig? Hallo. Oh mein Gott. Hier lebt irgendeine Hexe. Ich sag's euch. Ist das ein Schwein? Jumpscare, Jumpscare. Da hub dich jetzt was an. Oh. Oh. Ich hör sie. Wie ist die Stab... Ah, okay, oh Gott, ich dachte, Jumpscare. Können wir uns den nochmal anschauen. Okay, Waffe ziehen, schießen, shit. Oh Mann. Ach, nee, du. Nee, chat. Gar kein Bock. Oh, der Mann. Können wir rennen? Das war so klar, dass der nicht tot ist. Es war doch arschklar. Wieso stirbt der nicht? Hallo. Okay. Ja, so viel dazu, ne? Einfach mal... ...sechs Schuss verballert. Okay, das klingt aber noch lebendig da draußen. Das ist doch schon wieder derselbe, oder? Ey, ich hab keine Muni mehr. Ich hab nur noch vier Schüsse. Ach, das sind... Ach, das sind... Ja, mach wieder zu, die Tür, oder? Und wir lassen es einfach gehen. Oh, hier, Munition vielleicht. Oh, grünes Kraut, okay. Und das Messer? Wartet mal, können wir die irgendwie messern? Ich scheiß mir schon ein bisschen ein, gerade. Ich dachte nicht, dass es so spooky ist. Hätte bestimmt auch noch was entdecken können. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Ich brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setz mich sofort ran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Oh. Muss los. Melde mich. Ey, Jungs. Ich fänd selbst raus. Das sind aber keine normalen Zombies, oder? Also nicht so wie in den anderen Teilen. Zum See gehen, weil irgendwie scheinen die ja noch ein bisschen unterbewusst zu funktionieren. Die Brücke hält niemals. Okay, I never mind. Okay, ist nur ein Vogel. Ja, ich weiß, die war. Safe spielen wir die. Richtige Village Vibes. Oh, zwölf Stück. Heißt aber auch, dass jetzt hier ganz viele Gegner kommen werden. Ich höre es schon. Oh, nee. Moin. Schießpulver. Okay. Ah, wir können nicht speichern, weil Demo? Wait, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht... Okay, bestimmt weil Demo. Moin. Oh. Was zur Hölle? Oh, auch noch mit so einer Falle, ey. Der arme. Armer Wolf. Ey, Zombie. Oh. Oh, geil. Noch mehr Munition. Dann kann ich doch jetzt eigentlich nicht sterben, oder? Oh, ach so. Die hole ich mir. Peseten? Okay. Oh, gibt es denn einen Shop in der Pier? Wo? Oh, moin. Moin. Oh, shit. Okay. Oh, Mandy. Nice aim. Gar nichts getroffen. Gar nichts getroffen. Wieso treffe ich nichts? Mein aim. Katastrophe. Können wir die jetzt messern? Hä? 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 Okay, vergess, was ich gerade gesagt habe. Mein aim ist einfach nur grauenhaft. Scheiße. Hä? Hä? Aim, äh. Shit. Okay, aber dreimal Schießpulver. Wie finde ich hier ins Menü? Ah, okay, okay, okay. Guck mal, ich habe Erste-Hilfe-Spray. Und Schießpulver. Okay, mir fehlt irgendwas noch dafür. Oh mein Gott, also mein aim pur. Was war denn das hier eigentlich? Oh, aua. Verflucht. Fuck. Ist einer drin? Was? Okay, komm her. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Aim. Okay. Boom. Rotes Kraut, okay. Grün und Rot war normal, ne? Blendgranate, okay. Ah. Vorbereiten, werfen. Okay. Check. Oh, wir haben einen Fernkla... Oh, der will da schon für die 300 Bützies. Vielen, vielen Dank für 300 Bütz. Dankeschön, Devil. Wir beobachten die jetzt. Die sehen auch alle so gleich aus. Scheiße. Okay, und sie? Guck mal, die haben alle eine Axt, einen übenslangen Bart. Die sehen alle so gleich aus. Oh, hier oben ist eine Kiste. Können wir die... Oh, nein. Oh, die würde ich aber schon gerne mitnehmen, die Kiste. Wenn ich jetzt schieße, dann sehen die mich doch safe. Da kann man auch irgendwie hoch. Vielleicht... Ich sollte unentdeckt bleiben, schätze ich. Okay, das geht nur zu zweit. Krautsch. Okay, ich glaube, grün und grün war gut, ne? Und das andere war für... rotes Kraut. Ein rotes Kraut, das mit anderen Kräutern kombiniert werden kann, um deren Wirkung zu verstärken. Oh, ich weiß nicht mehr, ob... Kräutermischung, GR plus... Okay, aber... Oh, können wir die hier einfach killen? So einen leisen Kill? Ja. Geil. Nice. Okay, am besten alle leise killen, oder? Können wir hier hoch? Oh. Ah, ich hab nicht so Bock, dass die mich sehen. Die armen Hühner, ey. No joke. Was geht hier ab? Wie seht denn? Ich find's aber richtig nice, das Zeddy, muss ich sagen. Ich dachte, okay, brauche ich einen Dietrich oder so, dass wir, weil ich die vier nicht kenne, dass wir wieder irgendwie in der Stadt sind oder so, wo alles ausgebrochen ist. Okay, jetzt kommen die irgendwie alle. Das Huhn hat gerade ein Ei ausgebrütet, äh, ausgedingst. No way. Dann mal los. Oh, nee. Oh. Oh, was geht denn jetzt ab? Okay, so viel zu lassen, ein bisschen chillen. Wir machen, wir machen langsam. Oh. Was? Äh. Okay, und jetzt wieder abtauchen. Geht das vom Ding her? Oh, Rohstoffe. Oh. No. Oh, sorry, Chat, das läuft ja gerade so beschissen. Oh. Oh, okay. Holy shit. Oh. Äh, ich sollte mal hier Kräuter nehmen. Oh, einfach, einfach Tekken. Deswegen heißt es Chainsaw. Ich habe mich noch gar nicht umgeschaut. Okay, jetzt habe ich Panik. Hallo. Mann, ich wollte mich hier eigentlich noch ganz entspannt umschauen in dem Dorf. Ist denn das... Ja, ich frage mich auch gerade, ob wir mich verarschen wollen. Wirklich. Wie viele denn? Oh, the Chainsaw, man. Boah, ich bin ja aber auch, ey, absolut stuck. Ich will ja echt nicht. Also... Können wir hier uns... Okay. Haben wir das auch mal gesehen? Oh, nee. Was zur Hölle, Chat. Ich glaube, die dürfen mich einfach nicht sehen. Aber es ist nicht schlimm, dass wir noch mal von vorne anfangen, weil ich wollte echt das Dorf noch ein bisschen auschecken hier. Frankfurt bei Nacht. Oh, weia. Oh, weia, ey. Okay, das haben wir ja schon gesehen. Ich muss jetzt einfach ein bisschen mehr aufpassen. Ich gehe nochmal links lang und hole mir die alte. Gefällt mir auch echt übelst bis jetzt. Ich bin sehr gespannt auf das volle Game. So, die hier hinten nieder ich jetzt weg. Die armen Hühner, wirklich. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Okay. Okay. So. Bevor dieser Chainsaw-Man kommt, bei denen finde ich echt gruselig. Okay. Das ist aber auch ganz schön laut, ne? Oh, 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 oh. Können wir die irgendwie ablenken? Hm. No way. Den Angriff überlegen. Überleben. Kann ich mich vom Ding her hier wieder verstecken? Sodass sie mich einfach nicht sehen? Anscheinendlich. Ich höre es schon. Geil. Okay. Oh, hinter mir. Oh. Nee, fies. Hedge! Wie viele denn? Wie soll ich das machen? Töte den. Messer ihn. Geil. Von allen Seiten. Ey, Papst, das geht bis jetzt sehr, sehr cool. Okay, ich muss mich noch kurz heilen hier. Wie viele? Wo soll ich hin? Hä? Junge. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Es überfordert mich. Oh, mein Gott. Der sieht echt nicht mehr gesund aus. Oh, alte. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Weiß ich jetzt auch nicht, Chad. Nee, echt. Keine Ahnung. Wie ich das hier? Wie soll ich hin? Hä? Wie soll ich es überleben? Hä? Oh, kann ich hier rein? Oh, das ist aber hier auch Chainsaw, man. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Raus, raus, raus wieder. Äh, ich bin gleich tot. Kick den weg. Geil. Nee. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Wirklich, es sind so viele Gegner. Ich mach kaputt. Okay. Okay, ich muss einfach nur den Angriff überleben irgendwie. Chainsaw, man. Ich auch, was mach ich jetzt? Es sind viel zu viele. Wirklich, wollt ihr mich verarschen? Wir tötigen den. Oh. Ich kann doch nicht alle umbringen, oder? Warte mal, jetzt sind alle weg? Ich war hier klotten, Leuten. Ich will mich verarschen. Okay, mach's gut, Chainsaw, man. Nee, äh. Kann jemand von euch Spanisch oder so? Das wird Spanisch sein, oder? Spanisch, Portugiesisch? Oh, bitte lass mich noch das Dorf auschecken. Wo wollen die hin? Zum Bingo? No, was? Ich wollte es doof noch auschecken. Wo wollen die hin? Zum Bingo? No way! 26 Minuten erhaltenes Geld gut. Vielen Dank fürs Spielen, ey. Ab 24. März endlich, da habe ich übelst Bock drauf.